Der holländische Investigativjournalist Peter A. de Vries ringt noch immer um sein Leben, nachdem er auf offener Straße in Amsterdam niedergeschossen wurde. Die Ermittlungen, wer, warum auf ihn schoss, die laufen natürlich weiter und mittlerweile ist auch mehr über die Festgenommenen bekannt geworden. Max Hermes über die nursten Entwicklungen. Es sind die Minuten vor dem Attentat. Der Investigativjournalist Peter A. de Vries läuft eine schmale Straße in Amsterdam entlang. Kurz darauf fallen fünf Schüsse. Die Polizei verfolgt die Verdächtigen, stellt sie kurz vor den Hach. Bei den anschließenden Hausdurchsuchungen stellen die Beamten Computer und Munition sicher. Und es verdichtet sich der Verdacht, dass der Mordanschlag mit dem jüngsten Fall des Kriminalreporters zusammenhängt. Der Vries agierte zuletzt als Vertrauensperson des wichtigsten Kronzeugen in einem Prozess gegen den mutmaßlichen Drogenboss Ridwan Tatschi. Tatschis Organisation wird von Staatsanwälten als so wörtlich gut geölte Tötungsmaschine beschrieben. De Vries hatte schon 2019 erklärt, er stehe auf Tatschis Abschussliste. Eine reale Gefahr wurden doch der Bruder und der Verteidiger des Kronzeugen bereits im selben Jahr erschossen. Tatschi gilt als Pate der marokkanischen Mafia. Eine schallisolierte Folterkammer der Organisation und ein Depot an falschen Polizeiuniformen wurden vor einem Jahr von der niederländischen Polizei ausgehoben. Es geht wahrscheinlich um Drogenhandel im großen Stil, in Milliardenhöhe seit Jahren. Da hat diese Bande, der El Capone von der Nordsee, dieser Ridwan Tatschi, der hat das Heft in den Händen. Es geht um sehr, sehr viel Geld, um viel Einfluss und alle, die sich dem im Weg stellen, werden umgelegt oder bedroht. Trotzdem hatte Vries Polizeischutz stets abgelehnt. Nun legen die Menschen am Tatort Blumen nieder, hoffen, dass er kämpft und durchkommt. Er gibt nicht auf, er traut sich auch an schwierige Fragen heran und verfolgt Schwerkriminelle auch dann, wenn sich andere das nicht mehr trauen würden. Er will sich der Unterwelt nicht unterwerfen. Er hat sich mit ganzem Herzen für Gerechtigkeit eingesetzt. Darum ist es auch so schlimm, was jetzt passiert ist. Denn Peter de Vries kämpft seit Dienstagabend hier in diesem schwer bewachten Krankenhaus um sein Leben. Besprechen wir die aktuellen Entwicklungen mit Marc Hillen, zugeschaltet direkt aus Amsterdam vom Tatort. Fangen wir vielleicht zuerst mit dem Gesundheitszustand des Opfers an. Was weiß man darüber? Die Familie sagt, jetzt kann man einfach nur noch hoffen, aus dem Klinikum hört man eben, dass de Vries immer noch um sein Leben kämpft. Seit zwei Tagen liegt er ja dort auf der Intensivstation. Aber wir können mal schauen, wie es hier aktuell aussieht. Hier am Tatort, hier ist die Anteilnahme wirklich riesig. Wir haben Menschen gesehen, die privat herkommen, hier Anteil nehmen. Wir haben Polizisten eben sehen, die hier Blumen niederlegen oder auch Feuerwehrmenschen. Also die Anteilnahme hier in den Niederlanden ist riesig. Alle hoffen, dass es ihnen bald besser geht. Wir haben schon ein bisschen was über die Festgenommenen gehört. Gibt es denn da erste Erkenntnisse darüber, dass die Theorie, die seit dem Anschlag auf de Vries ja immer wieder erzählt wird, nämlich dass es die im Prinzip ja marokkanisch-niederländische Drogenmafia sein könnte, die dahinter steht. Gibt es da Erkenntnisse, die das auch wirklich belegen mittlerweile? Na, handfeste Beweise immerhin nennt die Polizei bisher zumindest nicht. Davon gehen aber alle aus. Zwei Männer festgenommen. Ein 35-jähriger Pole, der erst vor wenigen Monaten hergezogen ist hier in die Niederlande. Und ein 21-Jähriger aus Rotterdam. Beide sollen bereits bei der Polizei bekannt gewesen sein. Das haben wir heute hier erfahren. Und der 35-Jährige, der sei den Nachbarn auch immer wieder aufgefallen. Da hat ein Nachbar zum Beispiel erzählt, dass er tagtäglich ein Auto vor der Tür hatte. Und dann hat man eben auch Taschen immer wieder hin und her getauscht. Also Auffälligkeiten gab es schon. Die Theorie eben, dass es mit der Mafia zu tun hat, die geht hier rum in den Niederlanden. Darüber reden ja vor Ort auch alle Kollegen, alle Journalisten, dass es eigentlich nur das sein kann. Denn dieser Markt ist riesig. Alleine in Rotterdam kommen jedes Jahr etwa 600.000 Tonnen Kokain an. So sagen es zumindest die Ermittler. Marc, danke schön für diese Eindrücke direkt aus Amsterdam.